Hallo meine lieben Sammlerfreunde, hier ist er wieder, der Master Olli mit einem neuen kleinen Video und zwar habe ich bekommen den neuen Smith Toys Katalog. Ja, für 2025 ist der und dann wollen wir doch mal gucken, sind da denn Masters drinnen oder sind da keine Masters drinnen. Ja, wir gehen mal kurz in die Ego Perspektive und schauen nach. So, da sind wir in der Ego Perspektive angekommen. Er spiegelt ein kleines bisschen, ist aber nicht schlimm. Wir gucken jetzt erstmal rein. Kindersachen, Bällebad. Das sind jetzt erstmal hier Sachen, die generell für kleine Kinder sind. Und Barbie ist auch drinnen. Wo Barbie ist, können die Masters nicht weit sein. Tatsächlich, es sind Masters drinnen. Ja, ist auch noch meine Lieblingsfigur. Klasse, also hier ist bestätigt, in dem Katalog gibt es dieses Jahr auch eine Masters Figur zu sehen. Euch eine gute Zeit da draußen, bleibt mir immer gesund und wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder.